In diesem Podcast reden wir über Themen, für die die Nachrichten manchmal zu wenig Zeit haben. Und zwar mit Leuten, die viel zu erzählen haben von ihren Erlebnissen und ihren Erfahrungen in der Welt. Wir schauen den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD über die Schulter und nehmen euch mit auf die Reise. Jedes Wochenende eine halbe Stunde Welt aufs ORM-Weltspiegel-Podcast. Heute mit mir, Johanna Jeschke. Das Ende des Arabischen Frühlings, Tunesiens Demokratie auf der Kippe, Staatsstreich in Tunesien oder auch Tunesien am Rande des Zusammenbruchs. Das sind Schlagzeilen, die uns in den letzten Wochen aus Tunesien erreichten. Das Land gilt ja eigentlich als Musterland des Arabischen Frühlings. Hier startete vor rund zehn Jahren die Protestwelle, die Nordafrika und den Nahen Osten ergriff. In der Folge wurden dann diverse Langzeitherrscher der Region entmachtet. Und Tunesien wurde immer wieder international bejubelt, weil es eben geschafft hat, eine Demokratie aufzubauen. Doch die scheint gerade in großer Gefahr. Staatspräsident Kaye Said hat den Regierungschef gefeuert und dem Parlament eine 30-tägige Auszeit verordnet. Wir klären, was ist da passiert und war es das jetzt wirklich mit der Demokratie? Ist der Arabische Frühling wirklich gescheitert? Das wollen wir jetzt mal auseinander dröseln und zwar mit Dunja Sadaki, die für den ARD-Hörfunk aus Nordafrika berichtet. Nun ja, wenn da ein Staatspräsident die Regierung entlässt und sagt, ich mache den Job jetzt erstmal selbst. Das klingt alles irgendwie nach Putsch. Was ist da genau passiert? Ja, in Tunesien hat sich seit Wochen oder eigentlich seit Monaten schon in diesem Jahr die Unzufriedenheit über die Regierungspolitik halt krass verschärft. Es gab Demonstrationen im ganzen Land, wo die Menschen auf der Straße gerufen haben, löst das Parlament auf. Und im Endeffekt, ja, griff dann der Präsident ein und hat die Regierung ja, wie du gesagt hast, entmachtest, das Parlament in eine Auszeit geschickt und ihm selbst die Regierungsgeschäfte übernommen. Über diesen Begriff Putsch haben jetzt in den vergangenen Tagen total viele Leute diskutiert, weil der Präsident selbst, ein bisschen ironisch, ein Verfassungsrechtler, auch noch ein bekannter tunesischer Verfassungsrechtler, sagt, ja, ich bin Verfassungsrechtler, ich weiß sozusagen, was ich tue und was ich tue, das ist verfassungskonform. Der beruft sich da auf einen Verfassungsartikel 80 in Tunesien und der besagt eben, im Krisenfall kann der Präsident politisch eingreifen. Aber, und das Aber ist, glaube ich, auch entscheidend, denn er muss vorab das Verfassungsgericht, den Regierungschef und den Präsidenten des Parlaments konsultieren. Und, naja, zumindest das Verfassungsgericht konnte er überhaupt nicht konsultieren. Das gibt es auch zehn Jahre nach der Revolution, nämlich immer noch nicht. Das heißt, diese Dinge hat er nicht getan und deswegen sagen viele, also wirklich rechtlich sauber, hm, großes Fragezeichen. Und deswegen sprechen eben auch einige von einem Putsch oder von einer Machtübernahme. Warum ist K.I. Said diesen Schritt gegangen? Welches politische Kalkül steckt dahinter? Das ist natürlich schwer zu sagen. Also er selbst präsentiert sich als sozusagen der Retter in der Not, der Mann, der die Sanitäre, aber auch die politische Krise, die ja sozusagen in einer Sackgasse war, jetzt in die Hand nimmt. Aber es gibt super viele Fragen. Also 30 Tage Auszeit für ein Parlament und danach, also tritt es wirklich wieder in Kraft? Gibt es wirklich wieder einen Regierungschef oder gibt es Wahlen? Also kommt Tunesien zu diesen demokratischen Verhältnissen irgendwie wieder zurück? Also es liegt tatsächlich am Präsidenten jetzt selbst, was da passiert und deswegen gibt es halt super viele Leute, die das mit Sorge betrachten und sich fragen, machen wir jetzt eine Rolle rückwärts? Sind wir jetzt wieder auf dem Weg Richtung System Ben Ali? Viele glauben das nicht, denn die Zustimmungswerte für K.I. Said, das sieht man, die sind immer noch gut. Wie reagieren denn die Menschen vor Ort? Also ich habe sowohl Bilder von jubelnden Leuten gesehen, aber ich habe auch Demos gesehen. Also wie ist da so die Meinung im Land? Ja, so die aktuellen Meinungsumfragen, da geben die Befragten an zu über 80 Prozent, dass sie hinter der Entscheidung oder hinter den Entscheidungen ihres Präsidenten stehen. Einer der ersten Reaktionen auf Kai Seids Machtnahme war, die Menschen feierten ihren Startchef am Abend auf den Straßen mit Hubkonzerten. Aber natürlich die Nachterpartei, die unter anderem auch abgesetzt wurde, die waren natürlich stinksauer. Die reden von Putsch, die reden von verfassungswidriger Machtergreifung. Es kamen aber auch in den Tagen danach verhaltenere Töne angesichts natürlich, dass es zum Beispiel eine Ausgangssperre gibt zum Beispiel. Da gibt es viele Leute, die auch gesagt haben, es gibt ein komisches Bauchgefühl, es gibt die Sorge, dass man eben wieder zu autokratischen Verhältnissen wie unter Langzeitmachthaber Ben Ali zurückkehren könnte. Wenn dieser Zustand jetzt so lange anhalten soll, über auch diese angekündigten 30 Tage. Andere wiederum sagen, wir befinden uns doch schon in einer Sackgasse, warten wir doch ab, vielleicht kann er uns da tatsächlich rausholen, weil viel schlimmer geht es nicht. Das Parlament ist blockiert, es ist superfragmentiert, wirtschaftlich hat sich nichts verbessert und jetzt auch noch diese schlimme Corona-Krise mit den vielen Toten. Und inwiefern ist jetzt die Corona-Lage denn mitverantwortlich oder sogar verantwortlich für diese politische Krise, die Tunesien gerade erlebt? Also ich sage mal so, die politische Krise, die hat Tunesien einfach schon lange. Also neun Regierungschefs wurden seit der Revolution ausgetauscht. Das Parlament ist, ich war ja bei den Präsidentschaftswahlen 2019 da, kurz vorher waren Parlamentswahlen. Das Parlament ist total zersplittert, findet keine Mehrheiten, findet keine Einigung und kann deswegen ganz wichtige Sachen einfach nicht entscheiden. Aber natürlich gerade auch in einer Pandemie müssen ganz wichtige Dinge entschieden werden. Und genau da sagen halt viele, die politische Krise, die wir vorher schon hatten, die rächt sich halt extrem in der Corona-Krise. Also wir haben in den letzten Wochen ja so viele Geschichten gehört von zahlreichen Menschen, medizinischem Personal, die Alarm geschlagen haben. Die gesagt haben, guckt mal, das sind die unhaltbaren Zustände in unseren Kliniken. Wir werden hier angerufen. Leute bitten ganz dringlich nach Beatmungsplätzen, nach Beatmungsgeräten. Aber wir müssen hier entscheiden, wer hat eine Chance darauf, vielleicht diese Erkrankung dann zu überleben und wer nicht. Und da ist eben ganz klar der Vorwurf nach Tunis ans Parlament gerichtet gewesen. Ihr habt nichts gemacht und deswegen haben wir auch so viele Tote im Land. Bald werden es wahrscheinlich 20.000 Menschen sein, die dort gestorben sind. Und Tunesien hat nur zwölf Millionen Einwohner. Also natürlich die Corona-Lage hat das, das kennen wir ja auch diesen Begriff, das Brennglas, das kennen wir auch in Europa. Der Verhältnisse hat nur einfach nochmal aufgezeigt, was für starke Probleme eben auch politisch Tunesien hat. Und die sind durch die Corona-Krise sozusagen noch viel, viel deutlicher und dringlicher geworden. Du hast ja bei deinen Recherchen in Tunesien auch immer wieder mit jungen Menschen gesprochen und jungen Menschen getroffen. Mit welchen Sorgen oder Befürchtungen schauen die denn jetzt auf die aktuellsten Ereignisse? Ja, die Leute sind natürlich gefrustet. Also als ich vor der Pandemie in Tunesien war, dann kommt man ja immerhin als europäische Journalistin und sagt, ah, der Leuchtturm des sogenannten arabischen Frühlings und jetzt habt ihr Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Und die Leute können das halt nicht mehr hören, denen hängt das zu den Ohren raus, die sagen, was haben wir denn jetzt? Also wir haben immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit, gerade unter jungen Menschen. Wir haben keine besseren wirtschaftlichen Perspektiven. Also der Frust und die Enttäuschung sitzen wirklich so, so tief, wird von der politischen Klasse einfach so wenig erwartet. Es gibt so wenig Vertrauen und wir blicken ja in den Tagen immer in die Hauptstädte, also nach Tunes. Aber wenn man in die strukturschwachen Regionen sieht, da sieht das ja sozusagen noch viel schlimmer aus. Also zum Beispiel in Sidi Bouzid, das ist eine Kleinstadt in Zentraltunesien, die bekannt wurde durch einen ihrer Einwohner, Mohamed Bouazizi. Der wurde sozusagen über die Grenzen in der Region bekannt, weil es der Gemüsehändler war, der sich sozusagen damals aus Frust auch selbst angezündet hat, selbst in Brand gesteckt hat und damit Demonstrationen nicht nur in Tunesien, sondern regionweit ausgelöst hat. Und in Sidi Bouzid haben meine Kolleginnen vor Ort zum 10-jährigen Jahrestag der Revolution mit Menschen gesprochen, unter anderem mit einem jungen Mann, der heißt Issem und der hat gesagt, seit der Revolution hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil, das Leben ist teurer geworden, schwieriger geworden und ich würde sagen, wir hören mal rein, was er zu sagen hat. Ich bin 32 Jahre alt und habe keine Perspektive. Ich muss meine Mutter heute noch um Geld für einen Kaffee bitten. Mein Leben sieht so aus. Ich stehe morgens auf, dusche, dann gibt mir meine Mutter fünf Dinar, ich gehe ins Café, hole mir einen Kaffee und beim Kiosk eine Flasche Wasser und sitze hier auf der Mauer der Stadtverwaltung bis 12, 13 Uhr. Dann gehe ich nach Hause und hänge an der Kreuzung bei uns am Viertel rum und schaue, wer vorbeikommt. Das ist alles. Also da hat man schon gehört, das ist ein Mann über 30 Jahre alt, der sich Geld leihen muss von seinen Eltern, um wirklich ganz simple Dinge zu tun, also der keine Perspektive für sich sieht und das beschreibt eigentlich den Frust der jungen Leute in Tunesien ganz gut. Ich habe auch gelesen, dass ausländische Journalisten aktuell ziemlich unter Druck geraten in Tunesien. Wie deutest du das, auch mit Blick auf die ja noch einigermaßen junge Demokratie? Ja, da sprichst du, dass Al Jazeera, also der TV-Sender Al Jazeera in Tunes, dessen Büro geschlossen worden ist, es wurden ja auch ein Ex-Blogger festgenommen, der Chef des staatlichen TV-Senders, also dann sozusagen inländische Journalisten, wurde gefeuert. Wir haben als ARD-Studio Nordwestafrika mit Vertretern von Reporter ohne Grenzen gesprochen, die gesagt haben, ja, sie beobachten das mit Sorge, sie sehen das jetzt noch nicht, dass das systematisch ist. Man muss sagen, wenn man sich die Rangliste anguckt, der Presseverhalt liegt Tunesien auf einem Platz 70 von 180 Staaten, das heißt, hat sich im Vergleich zu von vor zehn Jahren natürlich extrem verbessert. Unter Ben Ali's Zeiten, da haben Menschen das Telefon ausgestöpselt oder woanders hingetan, wenn man über Politik gesprochen hat, das ist heute nicht mehr so, man wird systematisch nicht verfolgt. Man kann da viel freier berichten als vorher, ich habe das selbst bei meinen Reisen auch gemerkt. Aber natürlich gibt es Themen beim Sicherheitsbereich zum Beispiel, wo Journalisten immer noch anecken, wo es schwieriger ist, darüber zu berichten. Und all diese Dinge, die jetzt in den vergangenen Tagen passiert sind oder in der vergangenen Woche, die bereiten natürlich Menschen, Journalisten und Journalisten, Sorge. Aber viele sagen tatsächlich der berühmte Satz, man muss das weiter beobachten, was jetzt passiert. Und auch gucken, zum Beispiel bei Al Jazeera, einem Sender, der ja auch, der immer wieder in der Kritik steht, weil er mit moderaten Islamisten in Anführungszeichen ja sympathisiert, dass man da guckt, wird das Büro wieder aufgemacht. Du hast eben schon gesagt, dieser berühmte Satz, bleibt abzuwarten. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie kann diese politische Krise irgendwie beendet werden? Ja, das ist, glaube ich, die eine Million Euro Frage. Das ist super schwierig, weil ja auch jeden Tag sozusagen jetzt gewartet wird, verbessert sich jetzt die Corona-Lage. Es gab ja Hilfelieferungen aus Nachbarstaaten. Es wird ein bisschen mehr geimpft. Aber da ist natürlich die Frage, 30 Tage, wir haben bald Halbzeit sozusagen für die Auszeit des Parlaments. Was ist danach? Wer wird die Regierungsgeschäfte dann leiten? Wird der Präsident wirklich dann sozusagen diese Macht, die er sich jetzt ergriffen hat, wieder abgeben? Das sind viele, viele Fragen, die tatsächlich noch offen sind. Und da muss man tatsächlich weiter beobachten und gucken. Aber es zeigt sich natürlich gerade, wie zerrissen Tunesien ist und wie stark politisch einfach auch in einer Sackgasse das Land immer noch ist. Obwohl es ja als, das wird immer wieder zitiert, als einziges Land in der Region und als das Land, das ja den sogenannten Arabischen Frühling sozusagen angefangen hat, trotzdem immer noch in solch einer starken Krise steckt. Vielen Dank an Dunja Sadaki. Wir haben es eben von Dunja Sadaki ja schon gehört. Gut zehn Jahre ist es jetzt her. Da übergoss sich in einer tunesischen Kleinstadt der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi mit Benzin und zündete sich selbst an. Damals ging ein Aufschrei durchs Land. Das war der Beginn einer großen Protestbewegung. Wochenlang gingen die Menschen in ganz Tunesien auf die Straße. Sie haben protestiert gegen die Unterdrückung, aber auch gegen die Ungerechtigkeit und gegen die schlechte wirtschaftliche Lage. Und schließlich verjagten sie ihren Langzeitdiktator Ben Ali. Der Funke dieses Aufstands sprang auch auf die Nachbarländer über und auf die ganze Region. Das war der sogenannte Arabische Frühling. Doch was ist heute eigentlich noch davon übrig geblieben? Blicken wir doch nochmal zurück auf diese Zeit und zwar mit unserem Korrespondenten für die Region Nordafrika, Stefan Schaaf, im Studio Madrid. Stefan, diese sogenannte Jasmin-Revolution in Tunesien ist ja jetzt über zehn Jahre her. Wie kam es denn damals dazu und warum genau zu dem Zeitpunkt? Ja, du hast es ja schon eingeordnet. Tunesien war zu diesem Zeitpunkt eine Langzeitdiktatur. Sie wurde beherrscht von diesem Familienclan der Ben Ali's Folter, Machtmissbrauch, Unterdrückung waren gewissermaßen an der Tagesordnung. Und dieser Familienclan hat sich unendlich bereichert. Am Ende soll das Vermögen von Ben Ali, ich glaube, 13 Milliarden US-Dollar betragen haben. Der hat also quasi dieses Land Tunesien wie sein Privatbesitz behandelt. Und dagegen gab es diese unendliche Wut. Und der konkrete Auslöser war eben diese dramatische Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Bozisi in der Kleinstadt Sidi Bouzid. Und die Videos von dieser Selbstverbrennung haben sich damals in Windeseile verbreitet. Und so kam es zu diesem Lauffeuer, zu diesem Flächenbrand an Demonstrationen. Und es war gewissermaßen eine Explosion. Solche Umbrüche kann man ja nicht vorhersagen. Aber diese Selbstverbrennung war dann eben der konkrete Auslöser. Welche Hoffnungen hatten die Menschen damals? Das war sicherlich die Hoffnung einfach erst einmal auf ein menschenwürdiges Leben. Denn das waren sie unter Ben Ali immer weniger gewohnt. An der Tagesordnung, ich habe es gesagt, waren Folter, Unterdrückung. Die Menschen wurden gegängelt. Dieser Gemüsehändler Bozisi, dem wurde immer wieder seine Ware konfisziert. Und er soll an jenem Tag auch von einer Polizistin geohrfeigt worden sein. Und für ihn war damals eben das Maß des Erträglichen überschritten. Und so erging es halt sehr, sehr vielen Tunesiern in dieser Diktatur. Und mit der Jasmin-Revolution und mit diesem spontanen Aufstand verband sich erst einmal eben die Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben. Und damit verbunden dann natürlich später auch bei der Zivilgesellschaft und bei den politischen Parteien die Hoffnung auf eine Demokratisierung. Was ist denn eingetreten von diesen auch politischen Hoffnungen? Da muss man sagen, ist Tunesien im Grunde einzigartig in der Region. Die Hoffnungen auf eine Demokratisierung haben sich jedenfalls formal erst einmal erfüllt. Das Land hat sich eine neue, sehr fortschrittliche Verfassung gegeben. Da ist die Gleichheit zwischen Mann und Frau festgeschrieben. Es gibt Gewissens- und Religionsfreiheit. Und auch ein ziviler Staat wird garantiert. All das macht Tunesien wirklich einzigartig in der Region. Und in den letzten zehn Jahren hat es auch immer wieder Wahlen zum Parlament oder zum Präsidentenamt oder auch auf Kommunalebene gegeben. Und die verliefen immer ordnungsgemäß, ohne größere Vorkommnisse und Probleme. Also in diesem Sinne kann man sagen, hat sich Tunesien wirklich demokratisiert. Du hast es ja gerade schon gesagt, es ist ja auch das einzige Land in der Region, das diesen Übergang geschafft hat zu einer Demokratie. Wird deswegen auch immer wieder Leuchtturm des arabischen Frühlings genannt. Trifft das aus deiner Sicht zu oder trifft es noch zu? Man muss da natürlich immer wieder das Formale sehen. Also wir haben in Tunesien bislang eine Demokratie. Das stimmt. Aber die Hoffnungen auf ein besseres Leben, auf ein menschenwürdigeres Leben, die haben sich halt für viele Tunesier eben nicht erfüllt. Gewissermaßen die Revolutionsdividende, die ist nicht ausgezahlt worden. Manche Leute in Tunesien sagen, Demokratie oder Freiheit macht nicht satt. Und das bringt es wohl auf den Punkt. Die wirtschaftliche Lage hat sich in Tunesien in den letzten zehn Jahren eigentlich immer nur verschlechtert. Gleichzeitig ist der Beamtenapparat immer mehr aufgebläht worden. Das kann der Staat eigentlich kaum noch finanzieren. Und manche Beobachter sprechen im Grunde davon, dass Tunesien kurz vor einem Staatsbankrott steht. Und man konnte und kann im Grunde gewissermaßen die Uhr danach stellen. Immer zu Jahresbeginn werden die Preise erhöht. Und dann gibt es auch immer wieder Ausschreitungen, Demonstrationen in Tunesien. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten zehn Jahre. Und das ist eben Ausdruck dieser Frustration und auch der Verzweiflung vieler Tunesier. Und mir ist immer wieder bei unseren Dreharbeiten zum Schluss in den letzten Jahren gesagt worden, unter Ben Ali ging es uns besser. Und das ist natürlich eine sehr deprimierende Bilanz. Ich wollte gerade fragen, du bist ja in den letzten zehn Jahren immer wieder vor Ort gewesen. Was ist dir denn aufgefallen an Veränderungen oder besonders aufgefallen an Veränderungen, im Positiven wie im Negativen? Positiv, das muss man immer wieder sagen, ist einfach und sehr beeindruckend, ist die starke Zivilgesellschaft Tunesiens. Und da auch an allererster Stelle viele Frauen bestimmen diese Zivilgesellschaft. Das ist eine sehr starke Zivilgesellschaft, sehr starke Gruppierungen. Auch das unterscheidet, glaube ich, Tunesien von vielen anderen Ländern in der Region. Und die haben sehr lautstark bei dem Prozess der Demokratisierung mitgewirkt. Ich kann mich erinnern, als es um die neue Verfassung ging, da wollte die islamische Enachter-Partei Frauen als Komplementär in der Verfassung festschreiben lassen. Da hat es dann wirklich wütende Proteste und Demonstrationen auf der Straße gegeben. Und dann ist es eben nicht dazu gekommen, sondern es wurde die Gleichheit zwischen Mann und Frau festgeschrieben. Also das waren immer wieder sehr beeindruckende Erlebnisse. Auf der anderen Seite steht diese schleichende Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Wir haben mit vielen jungen Leuten in Tunesien immer wieder gesprochen. Und die haben uns oft gesagt, für uns gibt es eigentlich nur zwei Optionen, Dash oder Lampedusa. Dash, muss man wissen, das ist die arabische Bezeichnung für den islamischen Staat. Und viele junge Tunesier haben leider in den ersten Jahren nach der Revolution ihr Heil eben in dieser Gruppierung gesucht und sind nach Syrien gegangen oder auch nach Libyen. Oder eben Lampedusa. Und das drückt natürlich die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa aus. Und das zieht sich eben wie ein roter Faden durch die letzten zehn Jahre. Und es nimmt leider auch wieder zu, gerade die Migrationsbewegung. Im letzten Jahr sind 13.000 Tunesier übers Mittelmeer nach Italien gekommen. Und ich befürchte, diese Bewegung wird sich noch in diesem Jahr weiter verstärken, weil sie in ihrem Land einfach keine Perspektiven sehen. Und die Corona-Pandemie war da natürlich noch einmal verheerend. 2015, wir haben ja eben schon über die Demokratie gesprochen, ich würde gerne noch einmal diesen Schritt zurück machen. 2015 ging ja sogar der Friedensnobelpreis nach Tunesien an eine Gruppe aus Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, auch die Menschenrechtsliga, die Anwaltskammer war dabei. Und in der Begründung des Nobelkomitees hieß es damals, der Preis werde vergeben für die Bemühungen um eine pluralistische Demokratie im Zuge des arabischen Frühlings. Was heißt denn das jetzt konkret für so eine Demokratie, wenn jetzt erst mal das Parlament für 30 Tage entmachtet wurde? Ja, das ist natürlich ein dramatischer Schritt. Und man muss natürlich sehen, der Staatspräsident Kai Saeed hat ja nicht nur das Parlament für 30 Tage aufgelöst, sondern er hat gleich auch noch den Posten des Generalstaatsanwalts übernommen. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo Exekutive, Legislative und Judikative alles zusammen in einer Hand sind. Und das ist natürlich eine Machtfülle, die man nicht mehr demokratisch bezeichnen kann. Und viel oder alles hängt jetzt davon ab, ob sich Präsident Saeed an seine eigenen Worte hält und sagt, er habe das Parlament eben nur vorübergehend nur für 30 Tage aufgelöst und ob er dann nach diesen 30 Tagen wieder zum Normalzustand zurückkehrt. Es hängt aber auch eben von der besagten Zivilgesellschaft und auch von den Gewerkschaften ab. Das muss man auch sehen. Die Gewerkschaften spielen in Tunesien traditionell eine ungeheuer starke Rolle. Sie sind ja damals auch eben zusammen mit anderen Gruppen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Und diese Gewerkschaften werden ganz genau beobachten, wie sich der Staatspräsident jetzt verhält. Und wenn er eben nicht zu dem Normalzustand nach den 30 Tagen zurückkehren sollte, ich denke, dann werden wir doch einen etwas entschiedeneren Protest von dieser Seite erwarten können. Ist aus deiner Sicht der arabische Frühling in Tunesien gescheitert? Nein, das wäre mir an dieser Stelle noch zu früh. Tunesien hat solche Situationen in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Also Tunesien hat schon des Öfteren in den Abgrund geblickt. Das Jahr 2015 war gekennzeichnet von brutalem islamistischem Terror, vor allen Dingen gegen Urlauber. Und da sah es fast schon so aus, als würde dieses Modell Tunesien vollends scheitern. Aber mithilfe eben der Zivilgesellschaft hat man sich wieder auf die Beine gestellt und hat den Prozess der Demokratisierung vorangetrieben. Tunesien befindet sich jetzt in einer äußerst kritischen Situation. Aber ich glaube, man muss natürlich auch sehen, solche Umbrüche wie eine Jasmin-Revolution, die werden nicht innerhalb weniger Jahre bewältigt. Ich glaube, das ist eine Generationenfrage und da müssen wir uns alle, glaube ich, mehr Zeit geben, um so etwas dann endgültig beurteilen zu können. Vielen Dank nach Madrid an unseren Korrespondenten für die Region, Stefan Schaaf. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns und reagiert gerne auf Instagram oder Twitter oder sonst schreibt uns eine gute alte Mail an weltspiegel.digital.at.de. Redaktionsschluss für diese Folge war der 5. August. Redaktion hatte Steffi Fetz, mein Name ist Joana Jeschke. Redaktion hatte Steffi Fetz, mein Name ist Joana Jeschke. Untertitelung des ZDF, 2020